Wir haben heute eine ganze Kauflandfiliale für uns. Und was bietet sich da mehr an als hide and seek? Das ist eine riesige Filiale. Es gibt tausende Verstecke. Jona, ich glaube, du hast es hier sehr, sehr schwer. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr. Lass mal. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier. 98, 99 und dann, lass gehen los. Wir müssen rein. Ein Hinweis. Also, das wäre zu langweilig. Die würden sich nicht einfach so in einen Gang stellen. Das ist ganz schön verdächtig, dass da jetzt so im Markt liegt. Oh, entspannt hier. Direkt ein Sitzblatt. Was ist noch drin? Was kann alles passieren? Was geht? Nein! Bin ich die Erste? Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein! Nochmal piep, piep! Als ob du es nicht siehst, Junge! Das ist so krass! Übelstark.